Dazu hätte ich wirklich Lust. Leider, ich betone, leider bin ich gehalten, Ihnen einen Vorschlag zu unterbreiten. Er kommt von höchster Stelle. Es wird Ihnen volle Straffreiheit zugesichert. Ein Verfahren gegen Sie wird nicht eröffnet. Sie können tun, was Sie wollen. Gehen, wohin Sie wollen, vorausgesetzt. Sie stellen den Oxylator zur Verfügung. Und das soll ich Ihnen glauben. Sie haben die Wahl. Und das möchte ich schriftlich haben. Bitte. Ja. Es ist berechtigt, mein Apparatur. Die Gegenübergabe des Betriebs wegen Oxylators. Aber so, Heinz Florentin, ist doch ein Gegenname der Apparatur. Arzorisiert. Das ist ein... Naja, er war schon immer ein Mann der Realität. Man muss die Dinge sehen, wie sie sind. Klar, Blick. Flexibilität. Schließlich habe ich ja noch meine Firmen. Völlige Freiheit. Sie müssen mir nur Dr. Ilats Erfindung aushändigen. Also gut. Sche Ada. Dosen hit. Dosen hit.